Null. Hallo, Community! Kauft meine T-Shirts! Galileo! 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 Aber es ist eigentlich eher... Die Tiefe ist eigentlich zweimal hoch sein, einmal tief. Genau, der Tiefe ist in der Mitte. Galileo! Boah, da kommt einer. Guck mal hier jetzt! Guck mal hier hin, Alter! So. So, komm was. Geht's halt? Tach! So, gleich, gleich der Nächsten, gleich der Nächsten kommt. Ich hab kein Rollen-Ready. Rolle, Rolle. Greifen, wenn der fällt, hat er'n steifen. Hahaha. Das war'n guter Engage. Sehr schön. Ich, ich fang' das ab. Okay. Easy. Das fängt da auch ab? Na komm, Master. Jiii! 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 Hello. Jawoll, da geht's direkt rein! Easy. Twisted Fate ist auch schon wieder voll am Start hier. Na, entgegen, möchte eigentlich... Ich heige euch nicht, ne? By the way. Ne, ne, brauchst du auch nicht. Weil ich scheiß auf dir. Braucht Damage. Haha. Tiiiihihi. Disengage, disengage. Alter, ich hab' schon Blut raus. 3-2-1-Warner. Hallo, ich hab' schon 3-0. Was macht ihr eigentlich? Ich mach's echt. Hier, ich mach mal ein H-Bicht für euch, dann geht ihr besser. Ja, das nennt man Absen, Nigger. Ne, das nennt man... Dammit! Ich hab' ein Kill und 3 Assists. Ich hab' 0-0-4. Ich hab' sogar 4 Assists. Oh! Alter, der Twisted Fate ist nicht so gut, glaub' ich. Hier kommst du doch. Die sind alle, glaub' ich, nicht so. Ne, 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 ne. Woop. Das war close. Alter, Bro, lebt am Limit. Ich tränke erst mal. So. Weg erst mal ein bisschen. Galileo. 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 Geh da weg, Soraka. Warum? Einfach nur so, weil ich's kann. Oh. Banane auf Doom, Junge. Äh. Was ist los? Bin da, ich bin da. Und mich kriegt nichts Sound. Was ist hier los? Bin da. Alles gut, wenn er da ist, dann. Was macht er denn? Er geht nochmal rein, Alter. Ja, lass ihn jetzt. LOL. 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 Ja, komm rein. Morgen, auf ProSieben, um 19.10 Uhr. Galileo. Galileo. Banane auf Doom. Den nehm ich. Aldo, Ado, da fehlt ein Galileo. Ado, da fehlt ein Galileo. Was soll das? Achso, sorry. Galileo. Nein! Entzündet. Was denn? Entzündet? Was? Lol, was ist das denn für ein Bengel? Pass auf, der gelbe Karte. Ja, ja. Ich geb ihm die rote. Höhöhöhöhöhöhöh. Hansi. Was für'n Affe. Was für'n Affe, Alter. Was für'n Affe, Alter. Was ist mit dir denn los, Alter? Was, ist mit dir denn los, Alter? Den ab. Motherfuck. Alter, er trinkt weniger Booster-Energy! Alter, der boostet mich so hart. Was? In der Hose? Ja, auch. Das ist wie Viagra. Gut! Helf mir! Ulti! Arsch! Penis! Hauptsache nur noch Flash. Warte, ich komm gleich rein! Besser nicht. Alter, er hat erstmal einen Pfeil gefressen hier. Ach jo! Wo ist mein Tank? Ich bin hier! Rollen! Los! Aber hängst die drauf! Keep rollin' 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 Oh Gott! Du hast mich reingebated, du Assi! Hä? Wo ist denn Twisted? Ja, unten! Ich hab' nur Holti gehabt. Also, alles gut. Habe ich gesagt, du sollst doch nicht hören? Niemand da rein. Das mal jetzt halt gleich nicht mehr. Keine Sorge. Peete mal rein. Oh. Hier, easy. So, ein Slacker. Oh, der Fisch. Oh, die Ulti von Rambus. Von Rambus? Die bleibt schön drin stehen, ja. Okay. Ja. Aua. Die Karte. Ja, gib mir Karten. Gib mir die Karten. Gut. Rollo, 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 rollo. Pum. Mit dem Dammage hast du mich geregnet, Schnappe. Oh Gott. Ich mach hier hinten alles andere. Alles klar. Hab ich nicht gemacht. Wo wart ihr? Hier links. Ich kitzel ein bisschen Baum. Mit mir zusammen. Und danke, dass du mich überhaupt nicht erwähnst. Ich hab nur gesagt, ich kitzel. Ich wollte nicht schon wieder in deinen Namen. Ich wollte mich nicht so aufspielen. Ah. Ah. Er wollte sich nicht aufblasen. Dafür hab ich was anderes. Ja, die Puppe. So. Oh, da hab ich ihn fast. Ups. Oh, guter Fisch. So, hier. Erstmal so. Oh, Braum. Geh weg, Alter. So, hier. Was willst du hier? Slow. Weg. Ja, Clarity für die, die es bauen wird. Ich sag nur... Galileo. 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 Warte, wir machen Gali. Übergebe dich nicht, Alter. Übergeben. Nicht übernehmen. Nee, andersrum. Ich geh rein. Okay. Er ist reingelang. Gute Kombo. 3 für 1. Oh, Chris. Ich heil dich mal, komm. Nimm hier. Sehr nett. Da frisst er wieder ein Tausch. Das ist meine Fresse, Alter. Das ist so tämlich. Oh, Mann, ey. André ist schon komplett fertig. Ja, ich stehe 3-4. Läuft. Von 3-0 auf 3-4. Ich stehe 3-1-12. Oh, da kommt der... Oh, da kommt der Yi rein. Oh, da kommen die Blue-Card. Die Blue-Card. Die Green-Card. Ah. Jetzt kommt Master Yi. Pass auf. Hier. Oh, Lott. Oh, Lott. Putz. So, dann brauche ich erstmal... Da mag ich. Tschüss. Tschüss. Hausten, Tina. Oh, André. Da wurde sie gestimmt. Outplayed. Ja, voll angst. Voll angst. Meine Musch. Deine auch. Was? Ich dachte nur, deine auch. Ich hab einen Ulti-Berdi. Soll ich für dich raus? Sag Bescheid. Was denn? Wer bist du denn? Wer bist du denn? Deine Mutter. Der Aschbächer. Galileo. 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 Ach so, scheiße. Jetzt haben wir zweimal tief. Dreimal tief. Chris, das war nicht... Egal. Macht das weh. So, stopp da jetzt. Schluss. Sag ich doch. Alter, wie ich dich abhalte. Alter, das sind die alle schlecht. Banan of Doom. Lol. Manni, du musst den Kreis auch mal auf den Boden machen. Ich seh den gerade. Der... Doch, aber der hat übelste Cooldown. Ja, ich weiß. Ü... Der hat übelste Cooldown. Jungen. Deswegen machst du den auch nur, wenn er wichtig ist. Und nicht einfach so. Hab ich doch eben, no, Junge. Jo, als ob. Der war mal nicht wichtig. Es waren zwei Leute drin. Ja, ja. Jetzt wären wir hier... Sind sie auch drin stehen geblieben? Nein. Ja, das war er nicht gut. Deine Mama ist nicht gut. Deine auch nicht. Ja. Das ist dann irgendwie logisch. Nee. Alter, warum hab ich hier so viele Tränke? Ich muss das verkaufen. Trink aus. Nee, anders. Witzig. Anders? Thomas? Thomas anders, ja. Hier, ist sie hier, Schlampe. Laaaaaah. Lol. Oh, warte. Umgekrittet. Ich hole mir mal einen Heal hin. Lololololololol. Ja, genau. 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 удивler, ey. Kuck mal, kriegst du einen Kreis. Ganz cool, die ist ein guter Kreis. Siehste? Nicht, dass wir die irgendwie wegräuchten. Gut. Ja, der Hier. Boah, geil. Diamana für euch, Bitches. Ich stelle mich hier hinten in den Busch und schwitzt es. Warte, warte. Na wo kommt er hin? Nur nach vorne. Wettel zu uns hier. Hinten aus, hinten aus! Geil! Gut! Tja. Banan auf. Da anregen. Da, da. Echt noch den Uldi von Ashi. Das ist so dumm. Das ist so vital. Nehm ich ihn hier. Okay, da kann ich nicht mehr machen. Nein. Geil wir dich hoch. Du aktivierst dein Q auch nur wenn du 5 Stacks hast. Nein. Sehr gut. Naja, so kriegt er auch attack speed. Rein! Da ist übrigens in die I. Da so. Genau. Da so. Alle schön drin stehen bleiben? Ja, sehr gut. Ja, weil wir es abkühlen. Ehhhhh. 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 Oh jetzt ist der wieder im Arsch. Oh jetzt ist der wieder im Arsch. Über Schalding. Boots. Boah. Ich bin jetzt ein File Ready. Mist. Smurf Account. Und. Ja, Master jedoch auch. Das sieht man doch. Aber nicht umheulen. Ehhhhh. Ehhhhh. Und ich heil dich. Andi Chris. Heil dich. Wupp. Danke André. Jo. Easy. Ehhhhh. 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 Boah diese Rippung auf Stum, Alter. Mein Spiel zeigt mir an, dass ich euch alle heilen soll. Wann ich aber nicht. Das glaub ich nicht. Das glaub ich nicht. So. Ich würd gern da unten jetzt ein Ulti reinjagen. Holohoi. Ups. Wo hast du hier? Komm hier. So. Tschüss. Bevor ihr euch auch noch erwischt. Lol. Geh weg. Na unten. Die Plays sind's wrong. Nein. Fischi Fischi. Fischi Fischi. Fischi Fischi. Verwarnung, tschüss André, du bist raus. Alter, einmal noch, dann kannst du aber in die Kabine und dich bücken. Das ist Bückstück-Spiel. Stückbück. Vorsicht, da ist einer drin. Da ist einer drin. Alter, was ist das? Ja, der ist tiefer. Wer denn? Galileo? Galileo. Galileo. Sexualität. Die Ulti regelt. Kreditbetten. Nein. Du hast gezögert, das hat man gesehen. Konk. Nein, meine Crew war nicht ready. Ja, du hast gezögert. No. Mann, wer macht hier viel Damage am Tower? Und seine Karten, und seine Karten. Und jetzt, pass auf, jetzt wechselt er. Und, oh, die Gestant hat einen Tower. Der hat auch keine Mahnerige item, ne? Einfach Double Dora in so einem Ballons Echo. Und jetzt wüsst du, dass man Ulti genug Damage macht. Dann, dann, aber dann. Schieß doch einfach mal, in der Mitte. Aber dann wäre es Galileo. 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 Ja. Oh, das kommen wir schon verspäte. Nein. Ausgewichen, Braun. Das ist einfach immer nur Poké, immer wieder meine Pfeile rein. Und dann war es das schon. Wir sind auf dem richtigen Weg. Geile Ulti. Oh, mein Gott. Sonny Ass. Oh, ja, hier. Und ihr seid ja alle low. Bleh. Aber wo ist die? Oh, ja. You're doing my bitch. Bitch. Bitch, fresse, bevor ich dir den Sack in den Mund presse. Was, was ist denn jetzt? Was, Alter? Jetzt kommt er weg. Galileo. Galileo. Oh, oh, oh. Was ist das? Pass auf. Nee, hier nicht. Da hinten, da oben, da oben. Genau da oben. Gut. Ich heil dich. Bam. Oh, ii. Oh, ii. Pass auf. Oh, da wollte er aber fast hintermachen. Gibt's nicht mit uns. Hallo. André, sehr schön. Ich wollte einfach ein bisschen... Ja. Ja. Ja, ja. Oh, Gott. Oh, und das ist irgendwie... Gar nicht so gut. So. Du und ich wohl fertig, Rabadon's fertig. Es geht die Lutz. Oh, mir abfängt Zeit vorhin. Lol. Ist ja spritzig. Oh, wie im Korki? Ich will wachsen an den Korn. Ich habe alle bemerkt, nur Corki nicht. Den Eidensack kannst du mir noch nicht vergessen. Ja, er hat zu wenig Action. Das ist so easy, alle. Wir gegen Pots, ganz im Ernsten. Jetzt pass mal auf. Flash! Und Treffer. Und Treffer. Und. Die Sonne ist. Na gut. Treffer. Und der will nicht. Ich tue aber nicht. Kann man nicht, wenn nicht ein Daunter. Hier. Hier. Ja, geil. Gut, gut. Wir sind daunter geht ja auch Rammus echt. Ja, das ist vernünftig. Das ist üblich. Seit der Neunmeter ist das so. Ach so. Oh, irgendwer Mana. Ja, nö. Da oben. Oh, da hat er echt noch Rammus übrig. Naja, ich hatte null CP, Alter. Komm, David, bait ihn. Die Banane, Buddy, die Banane muss fliegen. Jetzt muss der Kreis, muss der Kreis. Nicht ready, Mann. Was denkst du, was der von Cool Dorn hat, Junge? Ja, aber genau für solche Aktionen musst du den nutzen. Ja, aber ich hab den benutzt. Der macht ja auch damage. Hör auf zu fliegen. Hör auf zu fliegen. Okay. Aber ich benutze, weil er gebatet hat. Ja, ja, ja. Galileo. 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 Das kann man sich ja fragen, was denn für ein Damage-Item holen. Dornenpanzer. Hab ich schon. Schwanz auf Doom. Weil Rüstung ist ja gleichzeitig damage-Brüche, von daher. Ja, ich hab jetzt Rammus, Dornenpanzer. Äh, Frosthammer, Frosthammer. Ah, richtig dicken Hammer. Oh, das hört sich gut an. Alter, dicken Hammer, das hört sich gut an. Das hört sich gut an. Pass auf. Lol. Ja, ja. Lack schon. Ja, stimmt. Hatten wir lange nicht. Galileo. Galileo. Du ganz low. Wir müssen noch einen bringen. Marco. Polo. Marco. Ich bleib einfach in meinem Kreis stehen. So. Dann mach ich Ulti. Guts. Und dann überlebe ich halt. Ja. Hab ich getankt, Jungs. Da hab ich getankt. Pass auf, ich mach mal Mana-Schild. Zack. Irgendwie Indiens. Alter, 22,6. Das ist so mad. Ja. Loll. Was? Was? Boah, jetzt kommt mega Rambe. Ulti. Prosti. Alter, wie ich brauche mir Knatze. Lass mal auf, wer rumjagt. Hast du den Damage gesehen an ihn? Boah, da war noch die Banane auf Doom, Junge. Das war nämlich, ich hatte nämlich mein 5er Stack gerade fertig und dann losgelegt. Alter. Alter, haben wir die zahrebt, Junge. Fick. So langweilig, Mann. So langweilig, bis auf in der M-Normel. Oh, scheiße. Adios. Und? Galileo. 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 Soraka 49. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.